Hallo, mein Name ist Emily, ich bin 19 Jahre alt und ich mache gerade mein duales Studium im Bereich Controlling und Consulting hier im Autohaus Schmolk. Auf die Firma Schmolk bin ich aufmerksam geworden durch eine Sonderbeilage in der Badischen Zeitung. Die Sonderbeilage hieß Ausbildung und Beruf und duales Studium und da war eine Anzeige drin. Momentan bin ich hier in der Buchhaltung beschäftigt. Meine Tätigkeiten hier im Alltag sind Kassen kontrollieren, Banken verbuchen und auch Statistiken erstellen. Ich bin an der DHBW in Villingen-Schwenningen. Mit dem Studium ist man dann fertig als Bachelor of Arts im Bereich Betriebswirtschaftslehre. So und wenn ihr jetzt noch mehr Interesse an dem Beruf des Controllers habt, schaut auf unserer Homepage vorbei.